Gesundheit braucht Verstand und heute, auf besonderen Wunsch, das Thema CMD nochmal etwas genauer beleuchtet. Das haben nämlich ganz viele angerufen und angeschrieben, die gesagt haben, Mensch, machen Sie doch bitte nochmal dieses Thema CMD, weil wir haben da so viel schon unternommen an Therapien und so weiter und sind damit nicht zurechtgekommen, es hat nicht geholfen und wir haben Vermögen ausgegeben und, und, und. Also all das kam und da habe ich gesagt, okay, ich mache es einfach mal auf eine ganz lockere Art und Weise und ohne jemanden überhaupt beeinflussen zu wollen. Also ich erkläre einfach mal die Zusammenhänge, was das ist CMD, was da so gemacht wird, was man der CMD so tatsächlich zutrauen kann, also was da tatsächlich dran ist, wenn man sagt CMD, das löst weiß Gott was aus, du bist mehr oder weniger schwer krank, ist das schon fast zu einer Volkskrankheit geworden und dann erkläre ich nochmal, wie denn so ein System funktioniert und weil es so funktioniert, dass es dann auch eine spezifische Art und Weise gibt, wie man darauf eingehen muss. Also fangen wir mal einfach von vorne an, nämlich damit, was wird denn unter CMD verstanden? Unter CMD verstehen wir kranio-manibuläre Dysfunktion, so ein schönes Wort, aber tatsächlich verstehen das schon viele Leute, was eigentlich vorher gar nicht so üblich war, aber die wissen genau, es geht dabei um Kiefergelenke. Ja, kranio-manibuläre Dysfunktion, also Kiefergelenke am Kopf. Und die Kiefergelenke, die verbinden den Oberkiefer mit dem Unterkiefer, verbinden tun wir nicht so richtig, aber der Unterkiefer wird quasi geführt in der Gelenkpfanne, die am Oberkiefer ist und der Unterkiefer, der hat so das Gelenkköpfchen, was dann in dieser Gelenkpfanne sich bewegt, wenn ich meinen Unterkiefer bewege, denn mein Oberkiefer kann sich ja gar nicht bewegen, der ist ja fest mit dem Schädel verbunden. So, ich zeige euch das mal ganz kurz, also hier der Unterkiefer, ja, den kann ich hier bewegen, den kann ich hier abziehen, der ist hier mit einer Feder verbunden und wenn ich den flutschen lasse, loslasse, dann geht er hier in dieses Kiefergelenk, also in die Kiefergelenkspfanne, ja, da ist der Kopf des Unterkiefers und der geht da oben rein. Und dazwischen sitzt natürlich noch so ein kleiner, Sie sehen hier, ist das auch in diesem Kunstschädel, ist das abgebildet. Er ist nochmal ausgefüllt mit so einem Bindegewebe, was mit Flüssigkeit gefüllt ist, der Diskus, und der Diskus, ja, wir haben ja auch hier einen Diskus im Kniegelenk, also dieser Diskus, der bewegt sich halt mit dem Unterkiefer in diesem Gelenk. Das heißt, er wird quasi mitgeführt, wenn der Unterkiefer etwas nach vorne geht, wir können den Unterkiefer ja nach allen möglichen Richtungen bewegen, nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, so, und dieser Diskus, der ist quasi der Polster zwischen, in diesem Gelenk zwischen dem Kopf des Unterkiefers und der Gelenkpfanne des Oberkiefers, ja, also da schirmt er das ab, beziehungsweise polstert das ab, dass der Knochen dann sich nicht auf Knochen bewegt und der ist noch festgemacht nach hinten, mit Bändern, da hinten ist er noch mit Bändern festgemacht, damit er nach vorne nicht raus rutschen kann. Und wenn der mal verrutscht, dann hat das Kiefergelenk, also unsere Kiefergelenk, immer noch die Möglichkeit, auf diesen Bändern zu landen, ja, und nicht direkt auf dem Knochen. Also insofern ist die Abnutzungsgefahr im Kiefergelenk nicht so ganz groß, nicht so unheimlich groß, dass man da panische Angst haben muss, wenn einer sagt, ja, bei dir funktioniert das mit dem Kiefergelenk nicht richtig. Gut, jetzt haben wir also das Kiefergelenk, was sich nach allen Richtungen bewegen kann und tatsächlich kann es sich auch fehlbewegen, das heißt, es funktioniert nicht so in der Bewegung, wie es eigentlich sein soll. Das ist Fakt, dass es das gibt. Ja, und das ist meistens schon angelegt, sehr früh, nämlich meistens bei denen, die so mit Zahnspangen und so weiter, in früher Kindheit schon zu tun haben. Da fängt das eigentlich schon an. Also die schiefen Zähne sind auch schon ein Zeichen dafür, dass da im Mund irgendwas nicht richtig funktioniert und durchaus dafür sorgen kann, dass sich auch der Kiefer verschiebt. Und wenn man mit den Einzelnen betroffenen mal spricht, dann erzählen die das auch, ja, ich hatte schon mal da eine Kieferorthopädie, als ich 10 war und dann hatte ich noch eine, als ich 14 war, eine zweite schon und jetzt plane ich schon manchmal eine dritte oder habe ich auch schon hinter mir. In der Zwischenzeit wird sogar häufig Operationen empfohlen. Also absolut verrückt, das geht ganz dramatische Wege. Ja, so und jetzt, was passiert so standardmäßig, wenn festgestellt wird, aha, mit dem Kiefergelenk funktioniert was nicht, dann gibt es sogenannte Schienen, die da eine Rolle spielen. Das fängt meistens, oft fängt das mit einer Aufbissschiene an, also eine Schiene, die dafür sorgen soll, wenn ich nachts so schlecht auf meine Zähne beiße, dass die Zähne geschont werden, dass sie nicht abnutzen. Ja, sogenannte Aufbissschienen. Wenn Menschen knirschen, wenn Menschen zu viel pressen, dann gibt man ihnen diese Schienen. Jetzt schleifen die nicht mehr den Kien von Zähnen ab, also den Zahnschmerz von Zähnen ab, sondern stattdessen futtern die ihre Schienen auf und schlucken den Kunststoff runter. Also das ändert auch nichts an ihrem Knirschen, das bleibt weiterhin bestehen, nur die Zähne werden halt geschützt, alles okay. Okay, ich meine, man sollte eher was an Ursachen machen, als immer nur irgendwelche Stützen einbauen. Aber egal. So, wenn das dann mit den Kiefergelenken tatsächlich so ein bisschen mehr ausufert, also dass der Kiefer zu einer Seite mehr verrutscht, oder zur anderen Seite mehr verrutscht, oder nach vorne, und irgendwie wird Knacken bemerkt oder Schmerzen bemerkt im Kiefergelenk, ja, dann geht es los, dann mit ganz speziellen Schienentherapie, beginnt meist dann mit sogenannten Relaxationsschienen, die sollen dafür sorgen, dass das ganze System entlastet zunächst mal, und danach gibt es die ganz speziellen Funktionsschienen, die sollen nahezu Wunder verbringen. Und da gibt es, ja, ich glaube in der Zwischenzeit hunderte verschiedener Funktionsschienen, die haben alle möglichen Namen, von denjenigen, die gemacht haben, und die werden halt angewendet, und für richtig viel Geld verkauft, und ja, über Jahre angewendet, und ja, ich habe leider die Patienten, die sich bei uns melden, die sagen immer, ja Mensch, mir geht es eigentlich keinem dort besser, davon im Gegenteil, es ist immer schlechter geworden, dann bin ich zum anderen Zahnarzt gegangen, und der hat gesagt, ja, du brauchst noch eine ganz andere Funktionsschiene, da habe ich wieder eine andere gekriegt, und, 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 und tatsächlich haben wir einen Patienten gehabt, auch mehrere gehört, der eine jedenfalls, er hatte 64 verschiedene Schienen, der ist durch die ganze Welt gereicht, bis in die USA, nach Israel, nach Österreich, in die Schweiz, überall, und hat sich da immer wieder neue Schienen machen lassen, beziehungsweise man hat ihm immer gesagt, ja, die alten taugen auch nicht, du brauchst eine ganz andere. Und so werden die Super-Gurus aufgesucht, in der ganzen Welt, die die Superschiene machen sollen, und nun erzählen, was einem alles passieren kann, wenn man das nicht korrigiert, und alle Probleme, alle gesundheitlichen Probleme, werden in der Zwischenzeit auch damit verbunden, du hast deine Migräne, weil du dieses Problem hast, du hast deine Nackenschmerzen, weil du dieses Problem hast, du hast deine Rückenschmerzen, und deine Schmerzen im Knie und im dicken Zeh. Ja, all das wird damit in Verbindung gebracht, und dann wird auch gesagt, ja, wenn das Kiepergelenk nicht richtig funktioniert, dann kann es auch im Rücken nicht richtig stimmen, Symptome und CMD als Ursache gesehen. Also, CMD ist keine Ursache für nichts und gar nichts. CMD ist ein Symptom, wie die anderen Symptome, die ich zufällig gleichzeitig habe, auch. Es kommt aus einem Ursachenkomplex alles zusammen, nämlich aus dem Komplex, dass zum Beispiel mein Kopf nicht richtig balanciert wird, oder dass da Funktionen im Mund- und Innenraum nicht richtig koordiniert sind. Das bringt unterschiedliche Symptome hervor. Und ein Symptom ist auch die CMD, also dass die Kiefergelenke nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Ja, andere Symptome könnten genauso gut die Nackenschmerzen sein, instabile Halswirbelsäule, Rückenprobleme und, und, und. Ja, also das kommt aus einem Symptomkomplex, der unbedingt korrigiert werden muss, damit ich die Voraussetzung dafür schaffe, und dass ich das andere erholen kann. Aber CMD ist keine Ursache für nichts. Das sind nur Gleichzeitigkeiten, die ich mit anderen Symptomen auch habe. Jetzt frage ich mich nur, was diese Schienen jetzt eigentlich bewirken sollen. Was sie bewirken sollen, ist mir ja klar. Sie sollen nämlich dafür sorgen, dass mein Biss korrigiert wird, dass meine Bisslage zentriert ist. Das ist die Kernidee dabei, Bisslage zentrieren. Und jetzt kommt hier auf die Zähne, kommt jetzt eine Schiene, und die soll dafür sorgen, dass ich jetzt anders aufbeiße als vorher, weil vorher war ich verschoben. Dann muss man sich überlegen, dass wir erstmal gar nicht aufbeißen. Ja, wir beißen grundsätzlich nicht auf, sondern unsere Zähne, die ruhen sich aus, wenn sie nichts zu tun haben, beziehungsweise letztlich sind es unsere Muskeln, die sich ausruhen. Ja, wenn die nichts zu tun haben, machen die nichts. Und die haben noch nicht mal Kontakt, probiert es aus. Wenn ihr keine Schiene drin habt, probiert ihr aus, stellt ihr fest, die Zähne schweben. Ja, die haben keinen Kontakt. So, also Bisskontakt, jetzt haben sie natürlich, wenn ich hier so dicke Schienen reinsetze, dann habe ich eine Schienenverbindung. Aber das ist ja unnatürlich. Das soll ja eigentlich nicht so sein. Hat die Evolution ja nicht so vorgesehen. Können wir ja nicht einfach reinfummeln in die Idee, die die Evolution hatte. Aber gut, jetzt hat man die Nummer. Und jetzt glaubt man, durch die Schienen, also durch unterschiedliche Anrufe, wie die Schiene mich nun führt, wird mein Kiefergelenk in die oder die Position gebracht, die angestrebend ist. Eine möglichst zentrierte Position, dass hier alles gleichmäßig arbeitet. Ja, ja. Daran zu glauben, dass Schienen sowas können, ist natürlich, fällt mir zumindest sehr, sehr schwer. Weil Schienen haben nun mal die Eigenschaft, dass Schienen etwas führen können. Keine Frage. Das kennen wir von der Eisenbahn. Allerdings wiegt die Eisenbahn ungefähr 500 Tonnen, so ein Eisenbahnwagen, wo der dann auf der Schiene geführt wird. Der hält sich auf der Schiene durch sein Gewicht. Wenn wir hier ähnlich aufweisen würden, feste aufweisen würden, wir können ja auch 70, 80 Kilo, können wir auch hier mit unseren Muskeln und Tazieren aufbiss bringen. Aber dann würden wir genau das Gegenteil erreichen von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir würden unsere Kiefergelenke ja noch mehr belasten. Also diese einfache, schlichte Führung über die Schiene, die ist ja ohne weiteres gar nicht denkbar und gar nicht möglich. Deswegen verstehe ich gar nicht, wie man sich überhaupt dahindenken kann. Naja, egal wie auch immer, wir müssen verstehen, der Unterkiefer, der bewegt werden soll mit der Schiene und der ja auch nur bewegt werden kann, der wird doch geführt über Muskeln. Hier sind überall Muskeln, also Kaumuskeln. Wir haben auf jeder Seite vier Kaumuskeln. Die bewegen hauptsächlich unseren Unterkiefer. Und wenn die nicht harmonisch sind und wenn die nicht so zusammenarbeiten, wie sie zusammenarbeiten müssten, dann habe ich eine Verschiebung, natürlich auch in meinen Kiefergelenken und der ganze Unterkiefer, der hängt irgendwie nach rechts oder links. Also muss ich dafür sorgen, dass meine Muskulatur in Harmonie kommt und die Schienen auf die Zähne setzen, die das im Leben nicht hinkriegen können. Also ich muss mich nicht wundern, wenn nun jahrelang Schienentherapie gemacht wird und ich bin immer noch nicht da, wo ich hinkommen will. Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. So, diejenigen aber, die sich auf Schienen fixiert haben, da gibt es ja nun auch eine Menge Leute, die sagen, ich möchte meine Schiene nie mehr wissen und die haben Angst, die Schiene rauszunehmen, weil sie meinen, dann kriegen sie wieder Schmerzen, die sie vorher über Jahre hatten. Das heißt, sie lassen eigentlich das System stabilisiert mit einer Krücke, lassen sie das ja immer bestehen und kriegen immer mal wieder hin und wieder eine neue Schiene, die sie sich anfertigen lassen müssen, wenn die alte kaputt ist. Die haben tatsächlich Angst, davor die Schiene wieder aufzugehen. Aber die Angst ist ja auch insofern berechtigt, als das System natürlich, wenn ich jetzt die Schiene, an die ich langsam angepasst habe, weil da irgendeine Position erreicht ist, eine relativ stark fixierte Portion, die mal gerade nicht wehtut, dann ist es auch schwierig zu sagen, ich schmeiße das wieder hin und fange was Neues an. Aber letztlich ist die Grundvoraussetzung, das müsst ihr verstehen, für alles, dass man ein System so trainiert, dass es richtig funktioniert. Oder kämmt ihr auf die Idee, euren Arm schienen zu lassen, damit ihr besser Tennis spielen könnt? Nee, ihr würdet sagen, ich muss da üben, damit ich besser Tennis spielen kann und nicht meinen Arm schienen lassen. Das kann doch nicht funktionieren. Aber verrückterweise wird das gemacht, bis zum Schwindeligwerden. Wie auch immer, ihr müsst das selbst entscheiden und ich will auch niemanden beeinflussen, aber wenn ich sage, das System muss trainiert werden, dann sollte das auch so sein, weil Muskeln müssen durch Training angepasst werden und können das auch nur durch Training. Und es gibt keine vergleichbar wirksame Methode zu einem Training. Wie gesagt, ich kann das Tennis spielen nicht lernen ohne Training. Das geht einfach nicht. Und genauso müsst ihr euch das vorstellen, hier sind auch Muskeln, hier sind auch Bewegung, hier sind Nervensysteme, hier sind Bewegungsmuster, die wir entwickeln müssen. Und diese Bewegungsmuster, die sind da oben im Gehirn abgelegt, das heißt, hier muss ich im Schlaf richtig machen. Und das kann ich mit einem Hilfsmittel, mit einer Krücke, niemals erreichen. Ausgeschlossen. Also Bewegung und irgendwelche Mechanismen, die ich einübe, so dass ich den richtigen Bewegungsablauf habe, die sind absolute Bedingungen dafür, dass ich das überhaupt regeln kann, dass ich überhaupt eine Voraussetzung dafür schaffe, dass ich regeln kann. Wir empfehlen ja immer die Felsformer-Therapie, die haben wir auch selber entwickelt. Ich mache dafür auch bewusst, keine Reklame, aber ich muss es ja erklären, dass es das gibt. Und mir ist auch egal, ob das jetzt ausgetauscht wird oder nicht, aber ich muss euch das erklären, was der tut, der Felsformer. Mit dem trainiert man nämlich tatsächlich die Muskulatur des Gesichtes, vor allen Dingen auch die Muskulatur im Mund- und Rachenraum, dahingehend, dass sich der Unterkiefer überhaupt zentrieren kann. Denn der Unterkiefer zentriert sich ja in erster Linie auch über die Karmuskeln, habe ich ja schon gesagt, aber auch über die Zuckenfunktion, nämlich wie eure Zunge sich im Mund bewegt und welche Haltung sie einnimmt. Und damit stabilisiert sich euer Unterkiefer. Ihr könnt das auf der Stelle ausprobieren, lasst den Mund nach unten fahren, nehmt die Zunge nach oben, dann merkt ihr, sofort wird der Unterkiefer zentriert. Ihr müsst die oben hinter die Zähne nehmen, drückt die da mal nur ein bisschen an. Und das wäre eine normale Haltung der Zunge. Und wenn das alles nicht eingenommen wird, wenn das nicht passiert und nicht korrigiert wird, dann wird mit der besten Schiene wenig passieren. Oder besser gesagt, gar nichts passieren. Okay, gut. Ich glaube, ich habe das Wesentliche gesagt. Ja, wenn ihr da irgendwelche speziellen Fragen noch habt, dann schreibt sie in die Kommentare unter das Video. Also, ja, das Video möglichst liken, an Freunde und Bekannte weitergeben, weil da ist ein verdammt hohes Interesse an diesem Thema CMD. Und ich beantworte auch gern alle möglichen Fragen dazu. Auch wenn ihr mich anruft, gehe ich auch gerne darauf ein. Also, für heute Video liken, an Freunde und Bekannte weitergehen, unbedingt den Kanal abonnieren und Tschüss für heute. Und ich beantworte auch gerne,